Die Teilnehmer Johnny und Birgit Denk und die acht Ferking und Anton Ockerst. Der Start zum zweiten Rennen. Millwall ist am schnellsten flott. Dahinter Ingo Star und Islamabad. Außen Ferking, dann Dino Lenzen. Dahinter Miss Arnie, Mamas Royale und Supermax Diamant. Im ersten Bogen führt Millwall. Millwall in den Ingo Star. Außen geht Ferking. Dahinter Islamabad und Dino Lenzen. Dann sieht man Miss Arnie. Dahinter Supermax Diamant. Und Mamas Royale, der ganz zurückgenommen wird. Unter alleiniger Führung von Millwall erreicht das Feld die Gegenseite. Innen Ingo Star aus dem Ferking. Dahinter Islamabad mit Dino Lenzen. Dann Miss Arnie, Supermax Diamant. Und Mamas Royale. Die Pferde gegenüber. Millwall hat die Fahrt bereits etwas gedrosselt. Ingo Star in ihrem Windschatten. Außen führt Ferking die zweite Spur. Dahinter Islamabad mit Dino Lenzen. Vor Miss Arnie, Supermax Diamant und Mamas Royale. 19-2 nur die erste Zwischenzeit durch Millwall. Millwall führt auch im Hackab-Schorwogen vor Ferking und Ingo Star. Dahinter Dino Lenzen. Dann Islamabad. Gefolgt von Miss Arnie, Supermax Diamant und Mamas Royale. So kommt das Feld nun wieder vor die Tribünen. Supermax Diamant wird hier zum Angriff ausgenommen. Vorne Millwall. Dahinter Ferking und Ingo Star. Dino Lenzen attackiert ebenfalls in der äußeren Spur. Dahinter Islamabad, Miss Arnie und Supermax Diamant vor Mamas Royale. Zu Beginn der Schussrunde Millwall vorn. Außen Ferking. Ganz außen bemüht sich Dino Lenzen. Dahinter Ingo Star, Miss Arnie und Supermax Diamant. Zweite Zwischenzeit. 21-2. Das Feld im Energy-Bogen. Millwall bleibt unangefochten. Ferking außen. Dino Lenzen bemüht sich in dritter Spur. Innen Ingo Star, dahinter Miss Arnie. Dann Supermax Diamant, Islamabad und Mamas Royale. So erreicht das Feld die letzte Gegengrade. Millwall mit der Führung. Eine Länge dahinter Ferking. Innen Ingo Star. Dino Lenzen rückt hier erneut auf. Dahinter Miss Arnie und der abermals angreifende Supermax Diamant. Es geht auf Ende gegenüber zu. Millwall bleibt unbedrängt. Nimmt die Fahrt an. Dahinter Ferking, Miss Arnie, Ingo Star setzt in den Fest. Dino Lenzen fällt zurück. Dahinter Supermax Diamant und Mamas Royale. 14-3 war die dritte Zwischenzeit. Millwall vorn. Millwall Ferking lässt sich nicht abschütteln. Dahinter sucht Ingo Star. Freie Fahrt. Außen Miss Arnie. Ganz außen kommt noch einmal Supermax Diamant. Aber Millwall ist vorn. biegt mit der Führung in den Einlauf. Millwall außen Ferking. Jetzt kommt Ingo Star frei. Millwall. Ingo Star fliegt heran. Ingo Star kommt außen. Und ganz außen Supermax Diamant. Aber Millwall ist immer noch vorn. Millwall. Ingo Star. Supermax Diamant ist vorbei. Supermax Diamant. Ingo Star. Millwall. Dahinter Ferking und Mamas Royale. Supermax Diamant. 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 Vielen Dank.